Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt nicht in meinem Raum, Keiter, Jodl, Krebs, und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Magen. Die beiden Befehl sind in der Sleis. Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederfrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Nicht als Feiglinge! Verrechernd Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wenn man Messer und Klammeln hält! Jahrelang hat das Militärmöle Aktionen geblieben! Es hat mit denen nur als wittlichen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt! Ganz Europa!